Was wir hier noch haben, haben wir noch nicht gesehen. Dann sollten wir vielleicht noch gleich mal zu Riju. Vielleicht beenden wir das ja sogar heute noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Nachdem wollte ich beende das Sonntag. Das kann natürlich auch sein. Das Versteckte hier ist eine Side-Quest geworden. Ah, Watzel. Ich habe gehört, hier kann man die fiese Technik mal Erdmanipulation lernen. Dass man die sogar wirklich lernen kann, das wird auch immer so geschrieben. Erst wenn du die drei Stützpunkte findest und die Jägerkluft erhältst, wirst du zu uns gehören und darfst eintreten. Und dann bringen wir dir vielleicht unsere Technik bei. Das ist alles. Äh, wir werden es mit ein paar Hinweisen. Wo sind diese drei Stützpunkte? Was ist eine Jägerkluft? Ach komm schon, das ist doch ein Witz. Mama hat gesagt, mein süßer Watzel schafft den Test auf Anhieb. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Und dann schaffe ich nur den Test nicht. Ich schaffe es nicht mal durch dieses erste Tor. Aber wenn ich zur Jägerbande gehöre, lerne ich eine unfassbare, fiese Technik. Wenn ich sowas könnte, würden mich alle anhimmeln. Hm? Was? Du willst doch nicht etwa der Jägerbande beitreten, oder? Du weißt schon, dass du nur eine Chance über den hast, wenn du diese drei Stützpunkte findest? Klingt für mich nach einem wahnsinnig lebensgefälligen Test. Also lass es am besten gleich bleiben. Je besser alles, um den Typen zu verscheuchen. Je weniger Konkurrenz, desto besser. Apropos Konkurrenz. Ist es nicht, die Jägerbande hat dieses Institut so und so im Nordosten von hier in Akala eingenommen? Ob das stimmt? Man schreibt so und so zusammen. Na gut. Da sind wir ja schon mal dem Spiel einen Schritt voraus, ne? Wenn man so will, drei Schritte voraus. Hallo Jungs, ich bin da. In Ordnung, du kannst rein. Cool. Das ist ja cool. Dass du Waffen brauchst. Oh, hier kann man sich einfach so ein Schwert kaufen von denen. Nice. Ist natürlich doof, wenn ich jetzt die Kluft ändere. Wenn ich jetzt meine Sachen ausziehe, wäre das natürlich ein Problem. Hier gibt es Banonen. Machst du 100%? Ja. Machst sogar, wenn man so will, mehr als 100%. Ich wusste ja, wie das Max es feiert. Preis 35? Sind die günstiger hier? Ah. Ich gebe einfach mal den Jägers ein bisschen Geld. Was gibt es denn hier? Nächstes kann man das Ding benutzen. Oh ja, könnte ich. Da ging es früher lang, ne? Der Weg. Oder war das der hier? Ne, hier war das. Ein bisschen vertan. Aber vielleicht soll ich zu denen in der Mitte gehen. Ich glaube, der sieht ein bisschen... Der sieht ein bisschen wichtig aus. Der ist nun der Offizier. Diese brandneue Kluft. Ich habe schon von einem potenziellen Neuzugang gehört. Das bist dann wohl du. Nicht zu fassen, dass du in so kurzer Zeit alle drei Stützpunkte besucht hast. Nicht schlecht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Vor diesem Versteck hier aus wird die Ausbildung der Jägerbande im kompletten Untergrund geleitet. Hier werden Mitglieder ausgebildet, an Fahrzeugen mit Sonderzubehör getüftelt und vieles mehr. Und das war's. Wenn du mehr wissen willst, dann sperr gefälligst deine Augen und Ohren auf und find's selber raus. Das ist cool, weil wir haben schon die anderen Jägerverstecke gesehen. Zumindest eins. Oder sogar zwei, glaube ich. Und ja, sie haben dann immer irgendwelche Fahrzeuge. Und die hast du dann auch als Bauplan gekriegt. Moment mal, das ist eine Truhe. Und eine Banone. Und Felsen. Kann ich von unten da rein? Vielleicht durch Dingenskirchen. Musik hier ist ja irgendwie lustig. Nö. Ach, da. Okay. Da ist der Eingang. Habe ich noch irgendwas Schönes, um es kaputt zu sein? Jo, wir haben den Felsen. Felsenspalter. Oh. Ach doch, wollte ich gerade sagen. Was war das? Geht nicht weiter? Oh nee, es geht wieder nicht weiter. Okay. Oh, nur ein Hinweis. Was ist das denn für ein Gerät? Sehr interessant. Kann ich das benutzen? Ich glaube nicht. Aber wenn ich das wahrscheinlich runternehme, dann ja. Darf ich aber nicht. Das repariere ich gerade. Nicht anfassen. Oder soll ich dich als Keilriemen nehmen? Cool. Endlich nicht durchschleichen wie beim ersten Mal, ne? Oh, ist das wieder so viele Steine. Meine ganzen... Dingens habe ich ja nicht. Meine ganzen Fähigkeiten habe ich, glaube ich, gar nicht. Bin mal gespannt, ob das wirklich auch ein wichtiges Item ist, was da ist. Nein, das ist nichts Wichtiges. Wird das als Höhle angesehen? Ne, wird nicht. Okay. Habe ich auch nicht die Fähigkeit von Yunobu und so? Schade. Sehr schade. Irgendwie. Aber auch hier, wie bei den meisten Felsen, die man kaputt macht. Bei allen haben sie es eingebaut. Es sind immer sehr viele Steine dort. Und ihr findet auch ständig irgendwelche Waffen. Also sollte eigentlich immer machbar sein, alles. Der Weg ist schon ein bisschen länger. Ah, hier. Hier war das, wo ich als erstes war. Ja. Hier ist das. Kaputt. Jetzt muss ich noch eine Waffe dazu bauen. Oh, ich nehme mir den jetzt mal. So. Ist hier was Tolles drinne? Das wird hier was Tolles drinne sein. Das Ganze nur für so einen Quatsch, ey. Hat sich keinem bisschen gelohnt. Totale Warste auf Tima. Dann gebt mir mal bitte die Erdmanipulation. Erstmal gehe ich da oben hin. Sind da noch wieder so viele Bananen? Oder haben sie die weggenommen? Nö. Aber diesmal kann man hier auch nicht einfach rausspringen. Wie es beim ersten Teil noch ging. Eine Banane haben wir. Und was anderes noch. Cool. Forschungsteuerbuch. Blitzschutzhelm. Forschungsteuerbuch lesen. Blitzschutzhelm. Der sogenannte Donnerhelm ist ein Relikt der Gerudo, welches seit Generationen Königen an Königen geworfen wird. Hm. Der blitzresistente Helm war zwar kurz in unserem Besitz, doch Diebeshände entrissen ihn uns kurz darauf. Wir hatten die Könige ob ihres jungen Alters unterschätzt und zahlten dafür einen schmerzhaften Preis. Makila Ritschus, eine Gegnerin, die keineswegs zu unterschätzen ist. Makila ist der richtige Name? Oder Makila. Ich würde mal sagen Makila, ne? Der Donnerhelm wurde uns zwar erneut geraubt, doch war es uns zuvor gelungen, ihn bis ins kleinste Detail zu analysieren. Wie von einem sogenannten heiligen Erbe zu erwarten, ist der Nachbau allerdings kein Pappenstiel. Insbesondere die Beschaffung von Werkstoff mit genügendem Blitzresistenz stellt ein einhaltendes Problem dar. Tatsächlich misslingt jeder Versuch, die komplexe und delikate Struktur des Helms erfolgreich nachzukonstruieren. Ich vermag nicht mehr zu zählen, wie oft mir der Blitz in die Glieder fuhr, wie viele Male ich nur im Haaresbreite überlebte. Welch Wohltat für meinen geschundenen Körper, als mich plötzlich der Bericht eines unserer Spione erreichte. Dieser Mitarbeiter als Wanderer getarnt, hatte von einem reisigen Subjekt wertvolle Informationen gewinnen können. Das Subjekt, mit eigenen Ambitionen designerisch tätig zu werden, legte unwissend den Grundstein zu unserem Erfolg. Dank seines Tipps gelang erstmals die Herstellung eines Blitzschutzhelms, der diesen Namen auch verdient. Der Gebrauch des Donnerhelms der Gerudo scheint nur einen kleinen Kreis ausgewählten Personen möglich. Auch unser Blitzschutzhelm kann nicht von jedem dahergelaufenen Agenten betrieben werden. Dies hat nicht nur technische Gründe, er scheint vielmehr eine geradezu persönliche Komponente zu bestehen. Helm und Träger müssen sozusagen auf derselben Wellenlänge liegen, was leider nur wenigen Individuen gevergönnt scheint. Ursprünglich plante ich, den Träger des Blitzschutzhelms selbst zu schulen, wofür ich nun jedoch zu geschwächt bin. Die unzähligen Blitzeinschläge haben mein Leib an seine Grenzen gebracht und ich habe keinen Nachfolger. Ich konnte nur ein Exemplar anfertigen. Die vorliegenden Aufzeichnungen sollen meine geliebte Bande zum Siegel leihen. Aber interessant, dass wir den Vornamen damit kriegen. Ich dachte, Richo wäre der Vorname. Oder haben die irgendwas anderes damit gemeint und ich verstehe das nur nicht. So, da oben war einer. Komme ich da irgendwie ran? Was passiert denn, wenn ich eigentlich zum Ende hinlaufe? Ah, nichts, weil ich da nicht lang kann. Noch nicht. Da oben ist aber eine Leiter gewesen. Äh, hier unten ist eine Leiter gewesen. Und da oben kann ich dann bestimmt lang. Hm, es ist aber auch wieder nur ein Offizier mit dem Donnerhelm anscheinend. Oder der Fake-Helm. Nieder mit Link. Neuling, wie? Schau dich nur um. Hier stehlen wir uns für den Einsatz. Und nun, wo Säler verschwunden ist, wäre eigentlich die Zeit reif, alle, die noch übrig sind, ein Falle mal zu unterjochen. Nur ihr Leibwächter mit dem Schwert. Link scheint weiter zu sein Unwesen zu treiben. Man hat ihn kürzlich gesichtet. Es ist widerlich, wie gewandt der kleine Wicht mit dem Schwert ist. Jeder von uns müsste sich üben, um ihn zu besiegen. Daher solltest auch du hier deine Fertigkeiten schulen, wenn dir dein Leben lieb ist. Ein gutes Ergebnis wird belohnt. Mit diesem besonderen Kopfschmuckstück, dem Blitzschutzhelm... Blitzschutzhelm, mein Gott. Er ist unser heiliger Schatz, der seinen Träger vor Elektrizität schützt. Ein mächtiges Artefakt, mit dem nur ausgezeichnete geschulte Agenten umzugehen wissen. Das Training besteht aus einem Kampf mit einer genau festgelegten Dauer gegen eine Übermacht von Kontrahenten. Der Siegerpreis richtet sich dabei nach der Anzahl Gegner, die der Anwälter niederschrecken konnte. Also, ihr wollt ja deine Körperkraft prüfen. Dann versuch als erstes mal, drei Gegner innerhalb von einer Minute zu besiegen. Okay. Ja, mach mal eben. Oh. Hm, ah. Mä, Makila. Stand da. M-A-K-E-E-L-A. Wo stand's da? Toll, da ist der geflogen. Also, das hier. Hö. Tschüss. Bisschen nervig, diese Stelle, was, ähm, Kamera betrifft. Akila Ritcho, genau das, ja. Genau das. Beeindruckend. Oh, gar nicht schlecht für einen Neuling. Nimm dies als Auswahl für deine Leistung. Oh, da kriegt man den Jägerstoff. Du hast dich bewährt. Versuch als nächstes sechs Gegnern niederzustrecken. Sag mir, wenn du erneutrainieren willst. Würde ja gerne noch wissen, was mit dieser Erdmanipulation gemeint ist. Ich kann's mir vorstellen. Aber wie soll das einsetzbar sein in dem Spiel? Ah, ich hasse das, wenn der eine, der einen umhauen und der andere nervt. Aber egal. Kann mich ja ruhig treffen lassen. Bing. Sechs Stück. Genug. Oh, das hast du auch geschafft. Ja, ja. Oh, das ist sie ja sogar. Diese esoterisch angehauchte Anleitung auf dem Bad, die nur von Jägeroffizieren beherrschte Technik der Elbmitte und ermöglicht aufgeladene Angriffe ohne Waffe. Falls ich mir ein Auge nicht trüge, könntest du das Zeug dazu haben. Oh, nicht über neun Worteile zu bezwingen. Nochmal neun jetzt. Ohne Waffe? Das heißt, ich krieg wirklich mal einen Angriff ohne Waffe? Wie cool ist das denn? Oh. Ich hab sogar gewollt, dass man eine Sache kriegt, dass man mit Faustwaffen oder sowas hat oder einfach Link mit Fäusten zuhauen kann. Jetzt krieg ich sowas in der Art ja fast schon. Nicht ganz, aber... Cool. Das ist ja nice. Okay, wir versuchen uns einmal noch gegen neun. Ich hab hier irgendwas Tolles gekocht. Oh, und dann hab ich so schlechte Rostdinger gehabt. Ja, versuchen wir's einmal gegen neun. Könnte man mit der neuen Fähigkeit vielleicht nützen. Eigentlich hätte ich machen können, aber ich... Ich hab mir jetzt hier erstmal das Master Sword nochmal. Und, äh... Der Set darf ich ja gar nicht wechseln. Nein. Ah Mist, kaputt. Ich bin ja viel schneller hiermit. Halt schon. Äh, praktisch ist halt, dass die immer ankommen, ne? Kommen ja zu mir. Das ist natürlich auch ein kleines... Führer, das war ja angenehm. Okay. Cool. Dann haben wir den Helm auch. Dann haben wir alles geholt. Alle drei Sachen auf einmal. War jetzt ja auch nicht so schwer. Jupp. Ich hab's geschafft. Dankeschön. Juhu, wir haben den Helm. Nice. Cool, dann hab ich ja alles geholt. Vielleicht gibt's noch was dort zu holen. Wobei, da muss ich mal kurz gucken, was da noch kommt. Vielleicht gibt's ja noch eine extra Aufgabe. Hüftstück. Das wird aber schon sehr knapp dann vielleicht werden. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden ich eben noch eben hatte. Da haben wir ja weiß, dass die eigentlich einmal zu einem hinporten. Nehmen wir ja... Machen wir das ja schon einfacher, ne? Wenn du Herausforderungen genommen hast, musst du sie auch zu Ende bringen. Was? Aber mit Rekord, ne? Ne, Mann, ich brücke mich so schnell weg. Der Rekord ist bei neun. Ja, ja, okay. Wohl nicht. Und wenn ja, teste ich's nochmal aus. Ich glaub aber nein. Ich glaub, da kommt nix mehr. Was gibt's denn hier? Hier sind die ganzen Bananas. Ich habe immer noch nicht genug Vorräte für unsere Untergrundbasen. Dieser Linktyp hat unsere Stützpunkte verwüstet und den Nachschub an Futter und Material unterbrochen. Ja, ja, okay. Alles klar, versteh ich schon. Ist ja der Neue von dem Allerzehn? Du bist richtig berühmt dafür erwählter, Träger des Blitzschutzhelms zu sein. So schnell macht das die Runde? Das hat noch keiner geschafft. Trag diesen Helm. Okay, aber hier haben sie der arme Donkey Kong. Wer ist nicht so zufrieden mit der Sache hier? Kommen wir jetzt hier eigentlich auch raus? Ja. Okay, cool. Die Jägerkram fertig. Werden wir gleich mal gegen den Gegner einsetzen. Gibt's super auch in dem Game? Nein. Die Story, alles was mit Age of Calamity zu tun hat, gab's. Gibt's hier nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, das war cool. Das ist cool. Ja, stimmt, dieser linke Typ, ne? Komm, Horn, moin. Das müssen wir auch mal gegen den Gegner austesten. Fert wirklich nice. Kann ich das auch irgendwie schnell noch nutzen, dass ich selber Aufwind kriege? Nee, geht nicht. Schade. Ich kann das nicht für mich selber nutzen. Weil ich weiß, dass man damit einen Aufwind erzeugt. Und hätte ich den selber genutzt, jetzt wäre cool, wenn das gehen würde. Okay. Code speichern, ich komme gleich wieder. Dann machen wir weiter. Gehen wir gleich weiter. Hier ist ja eh nix, ne? Gibt's? Ich hatte ja schon mal gesagt, ob es nicht irgendwie cool wäre, wenn wir mal noch neue Fähigkeiten kriegen würden. Jetzt haben wir es sogar. Zumindest eine neue Fähigkeit, ne? Und das Werfen ist auch neu. Ich meinte aber eigentlich eher so neue Schwerttechniken. Aber hier hat man ja gefühlt schon alle von Anfang an. Ein paar. Wobei, in Twilight Princess gibt's ja noch diesen Stich von oben. Aber der würde halt ständig immer so ein... Das wird immer so eine Cutscene sein. Nervt auch ein bisschen. Wobei, den gibt's auch in Skyward Sword. Dafür haben wir was anderes jetzt gekriegt. Dafür haben wir das Spiel jetzt einmal Duells gekriegt. Äh, hier waren ja... Welche haben gesagt... Wisst ihr, was komisch ist? Komisch ist, dass die Gyptos heißen. Eigentlich sind Gyptos immer die gewesen, die, ähm... Okay. Oh, doch! Oh, ist das cool. Oh ja, die Gegner. Ich hab gehört, mit elementaren Sachen... Egal, was man nutzt, es muss nur elementar sein. Dann kann man die... Kann man den schädigen. Geht das mit allen elementaren Dingen? Mal gucken. Ja, geht. Nee, eigentlich sind immer die... Oh ja, macht mehr Schaden dann. Eigentlich sind die Dingens... Die... Die Mumifizierten sind eigentlich die Gyptos. Und hier sind's... Sogar die schon, nicht mehr Zombies. Hast du das Spiel eigentlich schon mal durchgespielt? Nee. Nee, hab ich nicht. Und guck mal, der hat ein Schwert in der Brust drin und Pfeile. Ich habe übrigens was gesehen. Das muss ich euch noch zeigen. Hab ich noch nicht gezeigt. Jetzt bist du da. Ja. Ich wollte aber noch vorher woanders hinfällt mir und ein. Das will ich erstmal machen und dann machen wir weiter. Äh, ich bin ja noch mit meinem anderen Account hier hingegangen, hab was gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell wie finde. Ah, gut, bei dem Sand nicht, ne? Ist so eklig bei so viel Sandsturm. Aber aufwenden haben wir hier. Vielleicht sieht man's dann. Da. Guck mal an. Es gibt die jetzt sogar als Fliegende. Die können jetzt sogar fliegen. Die Flügel sehen aber echt schön aus, ne? Für so ein Vieh. Und die heißen ja eigentlich anders dann. Lipido-Gipto. Okay. Ja. Sie können jetzt auch fliegen. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Okay, da will ich erstmal hin. Ne, da will ich eben hin. Ne, war richtig. Da machen wir. Äh, ich war dort kurz, da die Gipto und dachte mir so, da bist du ganz schnell wieder weg. Mein Chiro. Kaum mit der Attacke Steinbrocken zu trümmern. Ich hab nämlich keinen Bock mehr für Bärscher und Co. meine Waffen kaputt zu machen. Äh, schöner Schmetterling, was? Ja. Lass die jetzt sogar fliegen. Du kannst für die Steinbrocken, kannst du auch andere Sachen nutzen. Natürlich einmal Waffen, ist klar, oder Bomben. Aber die Fähigkeit von Yunobu ist dafür auch sehr sinnvoll. Dafür musst du aber warten. Wir können mal testen, ob man die auch vielleicht für Steine nutzen kann. Weil dann wäre die Fähigkeit sogar besser, als das von Yunobu. Dadurch, dass man das viel schneller hintereinander einsetzen kann. Und man nicht dann ständig irgendwie ein Recken neben sich haben muss. Bisschen weise. Treffe ich die jetzt? Mal gucken. Ne, sieht nicht so aus. Ne. Okay, einfach auf den Boden hauen. Ne, verpufft. Ah, schade. Geht nicht. Aber die haben so oft von dieser Erdmanipulation geredet. Und ich dachte nicht, dass wir die wirklich kriegen können. Woher bekommt man die Fähigkeit? Bei dem Jäger versteckt. Wo es früher war in BOTW, hier kann man ja wieder hin. Du brauchst aber das komplette Jägerset dafür, wo du reinkommst. Aber gut. So, die armen Leute aus Angelstedt. Hoffentlich konnten sie sich vor den Piraten rechtzeitig in Sicherheit bringen. Stimmt, ich wollte auch mal Monsterhorn immer mal machen. Das hoffe ich auch. Uns geht es hier gut, aber wir hatten unsere Reise hier ja auch schon lange im Voraus geplant. Doch Angelstedt liegt am Rand von Ost-Ognikluda, ziemlich weit im Südosten. Ne, ne, gibt es keine anderen Dörfer. Doch, verstehe, Rossell wird wissen, wie es den Angelstedt lang gegangen ist. Doch wir haben leider keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass unser schöner Heimatdorf so etwas Schlimmes widerfährt. Ah, bist du etwa ein Kunde? Ach je je, du hast bestimmt unsere traurige Unterhaltung mitbekommen. Um ehrlich zu sein, haben wir zu solch früher Stunde noch nicht mit Kunden gerechnet. Jetzt müsste ich mal auf die Uhrzeit gucken, wie spät es wirklich in dem Spiel gerade ist. Was? Den Leuten aus dem Dorf geht es gut? Du hast mit Rossell gesprochen? Welch ein Glück, dass es allen gut geht. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das Dorf und die Häuser können wieder aufgebaut werden. Doch jeder einzelne Bewohner Angelstedt ist unersetzlich. Und dennoch, es muss schwer für alle sein, nur kein Dach mehr über den Kopf zu haben. Wie lange wollen es sich diese Piraten denn noch im Dorf bequem machen? Nun, dem auch sei. Vielen Dank, dass du uns die gute Nachricht überbracht hast. Für dich habe ich aber auch eine gute Nachricht. Hier bitte schön, eine kleine Aufwandsentschädigung. Okay. Ja, ja. Für das Erste können wir wohl nichts weiter tun, als zu beten, dass sich die Piraten scheinlichst aus Angestellt verziehen. Was wohl aus unserem Laden dort geworden ist? Angriff auf die Piraten, ja. Ja, das könnte man auch einfach mal machen. Also richtig, diesen Angestellt wieder aufbauen. Also alle, wir müssen ja sowieso alle Horden irgendwann machen. So, genau. Das Ding hier, ich weiß nicht, ob das von Anfang an hier unten ist. Das ist jetzt hier unten auf jeden Fall. Und ich habe das ständig auf der Karte gesehen, hier. Da. Ja, aber du siehst die Insel nicht in der Luft. Obwohl sie nur in der Luft angezeigt wird, siehst du die dann nicht. Die muss wahrscheinlich wieder hoch. Zwei Silons auf den Screen verpasst. Ja, den Geist. Ich habe Ende die Insel gezeigt. Du hast aber das hier unten nicht gezeigt. Das habe ich zufälligerweise gesehen. Du hast nur gesagt, dass man die da oben irgendwie sehen kann. Ich konnte es aber nicht. Hm, Größe, Körperbau und der rechte Arm. Du musst links sein, oder? Purat mir viel von dir erzählt. Ich bin Rezian. Rezian? Mein Spezialgebiet ist die Erforschung des Althylianischen. Damit meine ich nicht etwa die Texte auf den Kranzreden, sondern etwas ganz anderes. Es geht um die Sprache, die zur Zeit der Gründung von Hyrule verwendet wurde. Die Grundlage unserer jetzigen Sprache. Aber sicher bist du diesen Unterschied bereits bewusst. Aber der ist wichtig. Auf der Steintafel, die vom Himmel gefallen ist, ist etwas in Althylianisch eingraviert. Es ist mir gelingt, diesen Text zu entschlüsseln. Dann erfahren wir vielleicht mehr über jede längst vergangene Zeit. Ich habe die Dokumente, die ich brauche, um diesen Text aus dem Althylianischen zu übersetzen in Kakariko gelassen. Sobald ich dorthin zurückgekehrt bin, werde ich meine Arbeit fortsetzen. Ich habe diese Inschrift bereits kopiert, also mache ich mich jetzt auf den Weg zurück ins Dorf. Wenn du dich für dieses Thema interessierst, Link, dann komm doch nach Kakariko. Dann kann ich dir berichten, was ich herausgefunden habe. Am archologischen Standpunkt her ist diese Inschrift ungemein wertvoll. Eine Brücke in die ferne Vergangenheit. Ich gedenke, dieses Mysterium zu enträtseln. Und damit mache ich mich auf den Weg. Ja, okay. Aber ich glaube, dass das, was hier ist, dann das, was ich da in der Luft sehe, ne? Das gehört dazu, aber ich finde es halt komisch, dass ich das nie erkennen kann. Hm. Okay. Dann geht das Ganze in Kakariko weiter. Kann der mal vorbeischneiden. Kann der mal kurz vorbeischneiden. Ja, könnte man auch zeigen dann später, wo man das herkriegt. Dann kann man das gleichzeitig verbinden mit dem Donnerhelm. Donnerhelm und Erdmanipulation bekommen. Jetzt muss ich mal die Quest auswählen, oder? Welche war das denn? Nachher ist oberhalb der Zeit. Darum ist der. Ich habe noch nicht so viel gemacht in Kakariko, muss ich sagen. Ich war ja nur einmal hier und das war's. Hä, sind alle meine Viecher wieder entlassen? Ah, ne, in der Stadt gehen die nicht. Stimmt. Das ist auch ein ganz neues Symbol da auf der Karte jetzt. Ist der hier unten? Paya ist auch hier. Hast einen schönen Hut, Paya. Ah, Link, wie kann ich euch helfen? Ich habe noch nichts darüber erfahren, wo Prinzessin Zelda sein könnte. Und kann wohl keine allzu große Hilfe sein. Auch ich muss mich ganz auf mein Vorhaben konzentrieren, bei der Erforschung der Kranzruinen zu helfen. Dorian mag anders darüber denken, aber doch ich betrachte es als meine Pflicht als Dorfvorsteherin. Das war alles von meiner Seite. Verweilte hier rück so lange, wie ihr wünscht, Link. Und irgendwann sieht sie aus wie Impa. Also. Aha, ein Bildchen hat er gemalt. Wie ich da voll vorstehe. Oh, Link, da bist du ja. Du konntest deinem Vorschlagdrang also nicht widerstehen, habe ich recht? Wer bist du nochmal? Du wüsstest. Habe ich mir gedacht. Das freut mich. Dieses Bild zeigt die Steintafel, die beim Spähposten vom Himmel gefallen ist. Mit Hilfe von anderen Dokumenten auf Alt-Viradisch hier im Institut ist es mir gelungen, die Inschrift zu entschlüsseln. Folgende steht dort geschrieben. Ich bin eine treue Zoffe von König Rauru und Königin Sonja, sowie von den, des Königsschwestern und der Prinzessin Zelda. Zoffe, mal heißt das nicht Zoffe. Äh. Okay. Ich will glauben, dass die fährende Zukunft Hoffnung bürgt und dokumentiere in 13 Steintafeln den Alltag der Königsfamilie. Ein kurzer Text, aber ich kann definitiv den Namen König Rauru und König Sonja ausmachen, den Gründern von Hyrule. Außerdem ist eindeutig der Name einer weiteren Person zu erkennen, Zelda. Anscheinend beabt sich die Verfasserin 13 Texte zum Leben der Königsfamilie zu verfassen, erinnert mich an die 13 Erinnerungen aus BOTW. Vielleicht handelt es sich um eine Art, nee, vielleicht handelt es sich um eine Art Tagebuch einer Bediensteten am Königlichen Hof. Besonders der dritte Name Zelda lässt mich aufhorchen. Dieser Name ist bisher noch in keinem der Texte aufgetaucht, die wir gefunden haben. Daraus schließe ich, dass es zur Gründerzeit Hyrules jemand mit demselben Namen wie Prinzessin Zelda gegeben hat. Diese Inschrift muss ein Epos über Hyrule sein. Die Verfasserin dieser Inschrift erwähnt 13 Steintafeln. Das bedeutet, dass es abgesehen von dieser hier noch weitere 12 Steintafeln gibt, die es zu finden gilt. Die Inschriften scheinen ja ein Tagebuch einer Bediensteten am Königlichen Hof zu sein. Daraus können wir noch vieles über die Vergangenheit lernen. Dinge, die in keinem Geschichtsbuch vermerkt sind. Wir könnten neue Erkenntnisse über König Rauru, Königin Sonja und vor allem Zelda erlangen. Als noch zwei Steintafeln, also noch zwölf Steintafeln zu entdecken. Der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Als du weitere Steintafeln findest, mach mir doch bitte die Bilder davon und zeige sie mir. Natürlich kannst du dich darauf verlassen, entsprechend belohnt zu werden. Ähm, vielleicht ist ja das die Person, die die Fake-Zelda ist. Ich toffe mich gleich mit dir. Ich hab mich doch verbessert. Klugscheißer. Hm, Kalyps Tagebuch lesen. Das machen wir ein andermal. Ich will jetzt echt gerade nicht so viel lesen. Ich werde schon genug gelesen hintereinander. Was finde ich jetzt mit den Quatsch? Also zwölf Stück. Ja. Jetzt ist die Frage, ob die, die ich da immer sehe, ob die wirklich die ist, die hier oben ist. Die ist ja runtergefallen anscheinend. Nur der Rest müsste eigentlich noch oben zu sehen sein, aber auch den sehe ich nicht. Oder der ist ganz, ganz weit oben. Man sieht sie einfach nicht. Ja gut, überall da, wo diese Sterne sind, kann man das sehen. Hier war auch irgendwo einer. Da. Da. Da ist der. Man sieht ja auch immer an der Farbe. Die, die heller sind, sind höher, ne? Und die dunkler sind, sind weiter unten. Ja, wir können ja mal weiter, wir können ja mal ein Foto davon machen. Es gibt zwölf Stück, ne? Okay. Aber eigentlich sollte man alle auf der Karte sehen. Ja, schön, dass wir den dritten Dämpel beendet haben. Jetzt fehlt nur noch ein Dämpel. Aber ich denke mal, dass wir den Sonntag dann machen. Sonntagmorgen. Dann haben wir auch die meisten Zeit, das zu sehen. Wir könnten höchstens später noch ein bisschen den Anfang machen. Oder machen alles am Sonntag. Dann machen wir jetzt vielleicht, weil wir haben jetzt ja den Tempel abgeschlossen. Gut, okay, den Kram vorher haben wir im letzten Stream gemacht, ne? Wo war das denn jetzt? Bin ich blöd? Da. Oder blind? Da, sah! Da ist es ja. Da ist es ja. Dann können wir auch bald, werden wir bald auch endlich mal alles abschließen mit Story-mäßigen. Aber ich hab gehört, ich soll alle Hauptstories machen, bevor ich den Endboss mache. Also müssen wir erstmal die komplette Hauptstory machen, bevor wir den Endboss machen. Klar, man könnte natürlich auch den Endboss machen, dann die ganzen Hauptstories machen und dann nochmal den Endboss. Aber das ist ja irgendwie doof. Pete, moin! Ich will mal kurz gucken. Da ist noch einer. Mit dem Symbol finde ich die irgendwie schneller. Da ist noch einer. Das wären jetzt dann... Warte mal, jetzt haben wir ja schon drei dazu. Fählen ja immer noch neun, ne? Da ist auch einer, oder? Okay. Da ist noch eine lange, lange Sache. Ja, sieben. Acht. Okay, das ist halt natürlich echt einfach zu finden. Acht. Das sind immer Himmelsinseln. Neun. Die letzten sind bestimmt wieder schwer zu finden. Zehn. Gleicher. Bedämmt. Ah, hier elf. Eine fehlt. Außer, das ist die hier oben. Oder die kann ich nicht erst kriegen, wenn ich die anderen habe. Aber die haben wir ja... Die müsste ja auf dem Boden gefallen sein. Die müsste ja eigentlich auf dem Boden gefallen sein. Ah, zumindest sieht das so aus. Weil ich weiß ganz genau... Ach, hatte ich die vielleicht berührt? Ne, das kann nicht sein. Dann wäre ich auf der Insel gewesen. Ich weiß nämlich, dass wenn... Ich hatte mal irgendwo eine Insel das auch gehabt. Da habe ich das Ding berührt. Und dann ist es runtergefallen. Ich weiß aber nicht, ob das auf diesem Account hier jetzt war. Oh, naja, das ist ja immer noch. Das ist aber dann... Okay, einen habe ich übersehen bislang. Wie übersehe ich doch einen? Agro Energy Morning. Ne, ich weiß, die meisten können montan nicht zugucken. Ging Spoiler. Ich habe auch schon gesagt, der erste Playthrough wird jetzt sein, wo wahrscheinlich viele leider nicht zugucken können. Aber wenn wir das Spiel irgendwann nochmal spielen, dann werden wahrscheinlich die meisten zugucken können. Ohne Probleme. Ich hoffe die ganze Zeit darauf, dass wir vielleicht noch irgendeinen Modus kriegen, dass wir das Spiel nochmal spielen dann. Oder irgendwelche Challenges machen oder sowas. Oder es kommt nochmal ein Patch dann für die nächste Switch und dann ist das Spiel in 60 FPS. Okay. Interessant. Die eine finde ich nicht. Entweder bin ich blind oder ich habe mich verzählt. Oder aber es ist so ein extra Ding, was am Ende kommt. Vielleicht ist es ja sogar die da in der Luft. Habe ich mir schon gedacht. Okay, ich zähle nochmal. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Sechs. Sieben, acht. Neun, zehn, elf. Ja. Kann ich nicht verteilen. Aber das wäre dann die zwölfte. Das haben wir ja schon. Vielleicht sollten wir die Dinger einmal abklappern und dann mal schauen. Auf geht's na reden. Bis bald. Ja, super. So. Ja, das ist ganz schön. Vielen Dank.